Hallo zusammen. Heute schauen wir uns einmal an, was der Ring des Fahlen Ordens für uns tun kann. Die Standardeigenschaft vom Ring des Fahlen Ordens ist blutdürstig. Das erhöht unsere Magie und Waffenkraft gegen Feinde mit weniger als 90% Leben um bis zu 350 Punkte. Die Standardverzauberung für den Ring des Fahlen Ordens gewährt uns 169 Punkte Ausdauerregeneration und der Ring des Fahlen Ordens heilt uns in Höhe von 20% des von uns verursachten Schadens. Wenn wir jetzt in einer Gruppe sind, wird für jeden Verbündeten, der in unserer Gruppe ist, dieser Wert um 4% verringert. Und wir können nur noch von uns selber geheilt werden. Die Verzauberung und die Eigenschaft des Rings kann von uns, je nachdem wie wir ihn spielen möchten, wie bei allen anlegbaren Items angepasst werden. Wenn das interessant für euch war oder euch weitergeholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem Ring des Fahlen Ordens. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.